Das bin ich, Marie. Für mich ist Shopping eine Entdeckungsreise zum perfekten Outfit. Dabei ist die Juicy App mein Lieblingsaccessoire. Wenn ich in einem Geschäft etwas entdecke, das mir gefällt, mache ich ein Foto, gebe an, wo ich gerade einkaufe und wie viel es kostet. Jetzt kann ich meine beste Freundin fragen, was sie davon hält oder es auch mit einer größeren Community teilen. So habe ich meine Freunde immer beim Shoppen dabei, auch wenn sie gerade nicht mit mir unterwegs sind. Juicy ist deshalb nicht nur die App, um tolle Produkte und Kaufentscheidungen schnell und einfach zu teilen. Es ist auch ein lebendiges Modemagazin, in dem ich stöbern kann, wer gerade was für sich entdeckt hat und wo er gerne einkauft. Ich kann neue Geschäfte und Städte erkunden und sehen, was dort geboten wird. Das ist cool, aber wisst ihr, was noch besser ist? Mit Juicy kann ich viele kleine Goodies sammeln, während ich die App benutze. Das sind zum Beispiel exklusive Rabatte auf meine Lieblingsprodukte, aber auch mal einen Cappuccino oder Cupcake im Café um die Ecke. Mit Juicy entdecke ich so die schönsten Outfits, Accessoires und Geschäfte. Das macht Spaß und ist jedes Mal ein besonderes Erlebnis. Ich bin Juicy und du?